Der 14. Juli 2009 war für die Familie Locker ein Abend wie jeder andere. Die US-Amerikanerin Louise war noch wach. Sie wuselt durch das Haus, macht hier und da noch etwas im Haushalt, geht dann ins Bad, um sich umzuziehen, weil es wird allmählich Zeit fürs Bett. Ein Blick auf die Uhr genügt und Louise weiß, dass sie heute Abend alleine einschlafen muss. Ihr Ehemann Jeff macht mal wieder Überstunden. Das war für sie nichts Neues, das kam so gut wie immer vor. Sein Beruf war sehr wichtig. Sie wusste ganz genau, ist er bis zu einer gewissen Uhrzeit nicht zu Hause, dann hat ihn sicher wieder ein Fan oder eine Person, die mit ihm zusammenarbeiten will, nach einem Auftritt zum Essen eingeladen. Für Louise war das okay. Sie nimmt dann, bevor sie zu Bett geht, das Telefon und ruft ihren Ehemann an. Wann er circa nach Hause kommt, ob es sich nicht doch noch lohnt, aufzubleiben und auf ihn zu warten. Jeff geht wie immer zügig ans Telefon. Er sagt seiner Ehefrau, dass er schon auf dem Weg nach Hause ist, aber es würde noch dauern. Er muss an seinem Wagen den Reifen wechseln, ehe er weiterfahren kann, aber sie soll schon mal schlafen gehen, bis er zu Hause ist. Das dauert noch. Louise meint dann sicher, soll ich nicht jemanden schicken, woraufhin ihr Ehemann erwidert, nein, nein, das schaffe ich alleine. Bei ihm sei auch ein nettes altes Ehepaar, das so freundlich ist, ihm beim Reifen wechseln zu helfen. Louise geht nach dem Telefonat ins Bett. Als sie Stunden später aufwacht, ist ihr Ehemann Jeff immer noch nicht zu Hause. Jeffrey Bruce Locker Jeffrey Bruce Locker war in den USA lange ein sehr bekannter Name. Wer ein Unternehmen aufbauen und dann auch noch erfolgreich damit sein wollte, der ging zu Jeff. Der 52-Jährige hat sich über Jahre mit viel Arbeit und Fleiß einen sehr guten Namen als Berater gemacht. Was heißt das im Klartext? Eine Firma konnte Jeff für ein Honorar buchen. Jeff hat sich den Betrieb dann eine Weile angesehen und dann der Geschäftsleitung gesagt, Hier, dieses und jenes müsst ihr anders machen oder das ist der Grund, warum eure Firma nicht wächst und so weiter. Jeff war sehr erfolgreich in seinem Beruf. Sein Rat war Gold wert. Natürlich war dieser auch nicht billig, aber das zahlen die Firmen natürlich gerne, keine Frage. Ein paar von Jeffs Tipps und die Firma wächst in einem Jahr mehr als in fünf, das haben die Firmen in New York natürlich gerne bezahlt. Jeff wurde nicht durch Zufall so erfolgreich. Nein, der Grund dafür war, dass er eine ganz eigene, selbstentwickelte Technik hatte. Das war das Geheimnis seines Erfolges. Er achtete auf die Feinheiten, die die meisten Arbeitgeber gar nicht sehen wollen, weil sie denken, das macht keinen Unterschied. Jeff bewies ihnen das Gegenteil. Die meisten Firmenberater wuseln einmal um das Grundstück herum, lassen sich dann die Bücher zeigen und sagen dann aufgrund der Zahlen, die sie sehen, dieses und jenes muss man anders machen. Die Kosten tragen dann die Mitarbeiter. So funktioniert das natürlich auch. Aber Jeff war genau das Gegenteil. Er sagte, der wichtigste Grundstein einer Firma, die langfristig auch noch vorhat zu wachsen, erfolgreich zu sein und alles, das bekommt man nur durch eines. Und das sind zufriedene Mitarbeiter. Und das stimmt tatsächlich. Es gibt genug Statistiken, die das auch beweisen. Die meisten Chefs regieren einfach nur mit den immer gleichen Sätzen. Das muss schneller gehen oder mir egal, was du meinst, das machen wir schon immer so. Und wer was dagegen hat, da ist die Tür. Aber Mitarbeiter, die ehrlichen Umgang erfahren, die wissen, dass ihre Arbeit geschätzt wird, sind viel, viel produktiver als die, die ständig zu hören kriegen, wir sind eine Familie. Aber Freizeit? Was ist das? Kann man das essen? Brauchst du nicht. Das haben viele Arbeitgeber heute noch nicht verstanden. Jeff sagte zu Firmenchefs, ihr müsst den Leuten wesentlich mehr bieten als Arbeit und ein Gehalt. Bietet ihnen eine gesunde Umgebung und ihr werdet sehen, alles wird ganz automatisch besser laufen. Er sagte in einem Vortrag, wenn du anderen etwas gibst, wird sich das immer lohnen. Und so wurde Jeff erfolgreich. Wobei man dazu sagen muss, er hatte nebenbei noch ganz viele andere Jobs. Er liebte es zu arbeiten und wenn er die Möglichkeit bekommen hat, sich weiterzuentwickeln, dann hat er das auch gemacht. Manchmal war er vollständig angestellt als Berater in einer Firma. Wenn er dann nicht mehr gebraucht wurde, hat er Bücher über seine Arbeit geschrieben. Und mit Beginn der 90er Jahre hat er seine Karriere dann ausgebaut. Er hat sich selbstständig gemacht als Motivationscoach. So ist er dann auch zu einer kleinen Berühmtheit in New York geworden. Das Ganze hat dann immer neue Dimensionen angenommen, nicht nur finanziell. Jeff selbst kam aus ganz einfachen Verhältnissen und die Leute haben seine Vorträge gerne angehört. Auch in seinem Privatleben hatte er die Devise, deine Freunde und Familie sind wichtig. Schau, dass sie glücklich sind. Und wenn du etwas sein oder haben möchtest, dann arbeite an diesen Zielen und deine Träume werden sich erfüllen. Jeff hat gerne gearbeitet, sehr viel gearbeitet und hat dann auch immer mehr verdient. Um das Geld ging es ihm dabei nie. Er wollte dafür sorgen, dass Menschen einsehen, dass es viel, viel wichtiger ist, dass man gut zu denen ist, mit denen man täglich zu tun hat. Der Grund, warum er auch so viel gearbeitet hat, war aber auch ein ganz anderer, nämlich seine eigene Familie. Seine Ehefrau Louis und die drei gemeinsamen Kinder. Für Jeff war die Familie alles. Auch wenn er stellenweise viel unterwegs war, er und Louis waren ein gutes Team. Sie hat zu Hause alles gemanagt und er hat sein vielfältiges Business betrieben. Im Jahre 2009 lebt die Familie in einer sehr teuren Gegend in New York. Das Ehepaar war da auch sehr beliebt. Alle haben die immer fröhliche Familie sehr geschätzt. Es war immer eine Freude, sie da zu haben. Und Jeffs Karriere hätte in diesem Jahr nicht besser laufen können. Alles war tutti. So wollte er es. Seine Familie sollte alles haben, was sie will. Doch ihr wisst, was das für ein Format ist. Am 14. Juli 2009 ruft Louis in den Abendstunden ihren Ehemann an. Jeff hatte an diesem Abend einen Vortrag und sie wusste eigentlich, er kommt mit Sicherheit spät nach Hause. Jeff hat sich nach seinen Vorträgen, Seminaren, je nachdem was anstand, immer viel Zeit genommen, mit den Leuten noch zu reden. Er hat gerne Fragen beantwortet, Autogramme verteilt. Manchmal wurde er danach auch zum Essen eingeladen. Louis hat dann am Abend auf die Uhr geguckt und sich gedacht, ich rufe ihn mal an. Sie wusste eigentlich, ist er bis zu einer gewissen Uhrzeit nicht zu Hause, dann ist er noch unterwegs. Aber Fragen kostet ja nichts. Jeff ist dann ans Handy gegangen, doch er meint zu seiner Ehefrau, sie soll ins Bett. Er ist zwar auf dem Weg nach Hause, aber das Ganze dauert noch. Er muss erst einen Reifen wechseln. Er braucht nichts, bei ihm sei aber auch ein nettes, älteres Ehepaar, das sich dazu bereit erklärt hat, ihm zu helfen. Louis wacht dann mitten in der Nacht auf und stellt fest, dass Jeff nicht nach Hause gekommen ist und sie ruft dann auch die Behörden. Was mit Jeff ist, klärt sich dann ganz schnell. Er wurde in den Morgenstunden leblos in seinem Auto gefunden. Es sah so aus, als würde er schlafen, doch dann sah man sein inzwischen rotes Hemd. Die Beamten, die für den Fall zuständig waren, hatten keine große Hoffnung, das Ganze aufzuklären, denn Jeff wurde in dem New Yorker Stadtteil Harlem gefunden. Harlem befindet sich in Manhattan, ziemlich weit oben, oberhalb vom Central Park. Die Gegend ist seit Jahren bekannt, weil es dort viele Probleme gibt, da das Durchschnittseinkommen ist da sehr niedrig. Dementsprechend suchen sich die Leute eigene Wege, um an zusätzliches Geld zu kommen. Jeff muss dort auf dem Nachhauseweg angehalten haben, wegen seinem Auto. Er fiel in der Gegend sofort auf, mit seinem teuren SUV, seinem schicken Anzug. Das alles war auch schon zu einer Uhrzeit, wo auf den Straßen nicht mehr so viel los ist. Jemand wird sich in dem Moment gedacht haben, klasse, das wird einfach. Hat sich unter welchen Umständen auch immer zu ihm in den Wagen gesetzt und hat dann wohl gesagt, sowas wie, Geldbeutel her oder das war's. Jeff hat sich für Letzteres entschieden, denn seine Geldbörse war nicht mehr da. Das aufzuklären ist unmöglich. Selbst wenn sie jemanden finden, der gestern etwas mitbekommen hat, die Menschen in diesem Bezirk wohnen unter sich. In einer eigenen Gemeinschaft, die helfen den Behörden nicht. Jeff war gestern Abend zur falschen Zeit am falschen Ort. Natürlich werden die Beamten dennoch erst einmal alles versuchen, was möglich ist, auch wenn die Aussicht auf Erfolg praktisch nicht da war. Jeff war berühmt. Die Öffentlichkeit wird auch Ergebnisse verlangen, das kann ja was werden, aber eventuell gibt es aufgrund dessen doch irgendjemand, der gestern etwas gesehen hat und reden möchte. Das erste, was getan werden muss, ist, seiner Familie Bescheid zu sagen, denn die wissen noch gar nicht, was los ist. Die Beamten sind dann zu Jeffs Haus gefahren. Louis erfährt schließlich, dass er nie wieder nach Hause kommen wird. Und das ist so ein Moment, eine Aufgabe. Kein Beamter mag in diesem Moment, seinen Job Angehörigen solche Nachrichten zu überbringen, ist nie einfach. Die Leute reagieren sehr unterschiedlich, haben viele Fragen. Wirklich darauf vorbereiten kann man sich nicht. Doch mit Louis war dieser Moment verblüffend einfach. Sie hat ganz ruhig und sachlich reagiert, so nach dem Motto, aha, okay. Sie hatte nicht wirklich Fragen, in dem Moment ist dann auch ihre 13-jährige Tochter dazugekommen. Louis hat ihr dann auch gleich gesagt, warum diese beiden Herren hier da sind. Die Tochter hat auch nicht wirklich reagiert. Sie ist dann aus dem Zimmer mit den Worten, ich lege mich wieder ins Bett. Die Beamten sitzen danach im Auto, gucken sich nur an. Äh, was war das gerade? Eine Ehefrau hat erfahren, dass sie ab heute alleinerziehend ist und reagiert erstaunlich ruhig und locker. Wie kann sowas sein? Ich meine, vielleicht ist das ja ihre Art, vielleicht hat sie das alles noch nicht verstanden, aber nein, solch eine Nachricht nimmt doch niemand so ruhig auf, genauso wie die Tochter. Die Beamten sagten später, die ganze Szenerie war so unwirklich. Für uns hat sich das angefühlt, als hätten wir der Familie gerade etwas mitgeteilt. Dass sie schon wussten. An dem Fall ist wohl doch viel mehr dran, als es auf den ersten Blick scheint. Interessant war auch, die Beamten wussten inzwischen, dass Jeff zum letzten Mal am Abend mit seiner Frau telefoniert hat. Er hat ja zu ihr gesagt, es ist was mit dem Auto, er muss den Reifen wechseln, bei ihm sei aber ein nettes Ehepaar, das ihm hilft. Das Ehepaar zu suchen, das kann man sich sparen, das wird man nie finden, aber das war auch gar nicht interessant, sondern die Tatsache, dass ein Experte sich dann das Auto von Jeff angesehen hat und dieser meinte dann, sein Reifen wurde nicht ausgetauscht. Es gab gar keinen Grund dazu. Alle vier waren vollkommen in Ordnung. Und tatsächlich kommt dann sogar ein Anruf rein. Eine Person meinte, Jeff war gestern in Harlem unterwegs. Er wurde wohl in einem Laden gesehen und hat Sachen gekauft, die deutlich zeigen, dass Jeff noch vorhat, eine nette Dame für einsame Stunden zu besuchen gegen Barzahlung. Und das war nicht das erste Mal, dass er in Harlem gesehen wurde. So, so, war die Ehe zwischen Jeff und seiner Ehefrau doch nicht so happy? Hat er sich außerehelich vergnügt und hat seine Ehefrau darum so gereagiert? Dieser Hinweis ist vielversprechend, doch Jeffs Umfeld hat diese Geschichte vollständig dementiert. Alle meinten, das ist unmöglich. Jeff hat seine Ehefrau über alles geliebt. Nur wegen seiner Familie hat er so viel gearbeitet. Das war seine Motivation, sich stetig zu verbessern, erfolgreicher zu werden. Mal abgesehen davon, er kannte sich in Harlem gar nicht aus. Er ist da, wenn, nur durchgefahren. Er hatte so wenig Freizeit, das hat er immer mit seiner Familie oder mit Freunden verbracht. Also hätte er irgendetwas in der Gegend gemacht, mit anderen Personen, irgendein Freund hätte davon gewusst. Die Beamten kommen dann zu dem Entschluss, dass die Person, die gemeint hat, sie hat Jeff am Abend zuvor noch unterwegs gesehen in Harlem, hat die Story vielleicht erfunden oder es war doch ein anderer Herr. Es gab dann aber immer mehr Geschichten. Personen haben angerufen und meinten, ich habe Jeff hier gesehen am Abend. Nein, da, ich bin mir sicher, er war es. Aber es war nicht möglich, diese Behauptungen nachzuprüfen. Louis hat dann eine Pressekonferenz abgehalten. Sie meint, ich weiß, was Jeff passiert ist, kann man kaum glauben. Und ich weiß, dass Geschichten sich noch besser verkaufen, wenn es so aussieht, als hätte ein berühmter, erfolgreicher, liebevoller Ehemann und Vater eine geheime Seite gehabt. Aber das hört jetzt auf. Jeff war wundervoll, in jeglicher Hinsicht treu, hilfsbereit, erfolgreich. Er hat mit seiner Arbeit so viele Menschen motiviert, an sich zu glauben. Und darum erlaubt sie es nicht, dass jetzt, nur weil sich die Überschrift dann besser verkauft, irgendwelche Geschichten über ihn erfunden werden. Damit waren die Beamten wieder bei Null. Doch dann kam etwas anderes, sehr Interessantes, wieder ein Anruf. Doch dieses Mal war es nicht wie die gefühlt letzten 20 Male, wo jemand meinte, Jeff war hier und da, ich bin mir sicher. Nein, der Anrufer hat nicht einmal seinen Namen gesagt. Nur die Worte, ihr wollt wissen, was mit Jeff ist? Dazu sage ich nur NSYNC. Ihr habt richtig gehört. Damit gemeint ist diese berühmte Boyband aus den 90er Jahren. Die Musikgruppe, mit der Justin Timberlake unter anderem berühmt geworden ist, auch ein bisschen wegen seiner damaligen Frisur. Kenner werden wissen, was ich meine. Die Beamten wissen nicht, was sie damit anfangen sollen, aber das stellt sich gleich heraus. Offenbar hatte Jeff neben seinen zahlreichen Einkünften auch noch ein anderes Business. Das war jetzt aber nicht wirklich ein Geheimnis. Er hat Aktien gekauft und dann mit Gewinn weiterverkauft. Das war jetzt nichts Besonderes, das machen ja viele. Jeffs Umfeld meinte dazu auch nur, ja, er hat sich sehr für Finanzen und Investment interessiert. Das war ein Hobby, das er sehr intensiv betrieben hat. Er kannte ja auch durch seine Arbeit viele in der Finanzbranche. Er hat auch oft Freunde Tipps gegeben, so nach dem Motto, kauf das und da. Und was hatte das jetzt genau mit einer Boyband zu tun? Nun ja, bevor eine Band Fans hat, die die Musik kauft, Merchandise, muss man ja erst einmal Songs aufnehmen, Musikvideos drehen und so weiter. Aber talentierte Künstler gibt es überall. Die Plattenfirmen können nicht jeden finanzieren und Aktien gibt es auch in der Musikbranche. Wenn man meint, eine Band ist vielversprechend, dann kann man da Geld investieren. Das hat Jeff dann auch gemacht 1997 in die Musikgruppe NSYNC. Als er hörte, dass der Manager der Backstreet Boys sich eine neue Band aufbaut, hat Jeff direkt sein Checkbüchlein geholt. Er hat dann auch seinen Freunden gesagt, hey, hier, investiert in diese Gruppe, das wird sich lohnen. 2007 wurde dieser Manager dann einkassiert, weil, nun sagen wir, die Liste ist ziemlich lang und besonders Steuern zahlen war nicht sein Ding. Viele haben an diesem Tag erfahren, dass das Geld, welches sie über Jahre investiert haben, weg ist. Es ist ja bis heute auch nicht zu 100% geklärt, wer da mit dabei war. Doch die Beamten stellen schnell fest, dass Jeff damit nichts zu tun hatte. Es stimmt zwar, er hat da investiert, hat sich das Ganze aber Jahre später ausbezahlen lassen. Das war wohl wieder nichts. Diesen Fall zu klären, ist einfach nicht möglich. Das immer noch am wahrscheinlichsten Szenario ist, immer noch, dass Jeff wohl zur falschen Zeit am falschen Ort war und diese Sachen werden wenig bis gar nicht aufgeklärt. Doch dann kommt die Nachricht, dass Jeffs Bankkarte benutzt wurde. Kenneth Miner ist ein junger Mann, 36 Jahre alt. Er wohnt in Haarlem. Auf dem Papier steht, dass er immer mal wieder Ärger hatte in den letzten Jahren. Meistens eignet er sich Dinge an, die ihm nicht gehören. Nur war das dieses Mal zum Vorteil der Beamten. Kenneth wurde seit gestern fünfmal an einem Bankautomaten gefilmt, wie er mit Jeffs PIN und Bankkarte Geld abhebt. Insgesamt 1100 Dollar. Er war es sicher. Man hat ihn gut erkannt. Und dieser Kenneth wird dann auch einkassiert. Und er sagt dann zu den Beamten keinen einzigen Ton. Die Beamten haben es dann ganz nett versucht. Sie sagen zu ihm, hey, du weißt es vielleicht nicht, aber du hast die Bankkarte von Jeff. Wir wollen doch nur wissen, woher du sie hast. Oder hast du möglicherweise mit dem, was passiert ist, zu tun? Wir können das verstehen, wir wissen, dass du nicht viel hast. Und dann steht da plötzlich ein Mann vor dir, dessen Anzug mehr wert ist als deine Miete. Doch Kenneth bleibt dabei. Er will nicht reden. Also macht er das auch nicht. Ganze zehn Stunden lang. Das ist sehr lange. Doch dann kann Kenneth nicht mehr. Er sagt, ich kann das, was war, nicht sagen. Niemand wird mir glauben. Die Beamten meinten dann, egal was war. So kommen wir nicht weiter. Und Kenneth erzählt dann eine Geschichte, die ich so noch nie gehört habe. Was jetzt kommt, ist einfach unglaublich. Kenneths Alltag war so wie bei den meisten in Haarlem. Er hatte eine Familie, doch das Geld, das er mit seinem Job verdient hat, reichte nicht einmal im Ansatz. Das war für Kenneth nicht einfach. Er hatte darum die Angewohnheit, gerne und viel ins Glas zu schauen. Kenneth ist abends oft durch die Straßen von Haarlem gelaufen, hat Sachen gekauft, um sie mit Gewinn weiter zu verkaufen. Wenn er so wenig Geld hatte, dass gar nichts mehr ging, hat das meistens ganz gut geklappt. In den Abendstunden des 14. Juli 2009 war Kenneth auch wieder unterwegs. Er hatte schon ordentlich einen Sitzen. Er wusste nichts mit sich anzufangen. Da sieht er plötzlich dieses Auto vor ihm. Dass Kenneth abends inoffiziell als Händler arbeitet, das wussten viele. Und er meinte zu den Beamten, oft haben ihn einfach so spontan Leute angesprochen, mit, hey, hast du das und das für mich. Also wusste Kenneth sofort, dieser teure SUV, der da auffällig vor ihm parkt, der weiß, was er tut und wie es aussieht, stellt sich ihm gleich ein neuer Kunde vor. Er geht an das Fahrzeug heran, der Fahrer macht die Scheibe runter und im Auto sitzt Jeff. Kenneth wusste nicht, wer er war. Er hatte ihn auch noch nie zuvor gesehen. Kenneth meinte, was möchtest du? Und Jeff antwortete, ich möchte eine Waffe. Das war ein ungewöhnlicher Wunsch. Kenneth hatte mit solchen Gegenständen eigentlich nichts am Hut, aber er wollte sich ein Geschäft jetzt nicht entgehen lassen. Er sagte zu Jeff, gib mir Geld, deine Handynummer und ich will sehen, was sich machen lässt. Er sagt zu ihm, für was brauchst du die denn? Oder willst du ein bestimmtes Modell? Und Jeff antwortet, nein, nein, egal welche. Und dann will ich, dass du sie benutzt. An mir. Da dachte Kenneth, okay, reiche Menschen haben komische Wünsche oder sein letztes Getränk war doch zu viel. Oder ein bisschen von beidem. Er hatte keine Sekunde vorgehabt, Jeffs Wunsch nachzukommen. Er wollte da auch keine Details wissen. Die 70 Dollar, die er dann von ihm bekommen hat, um den von ihm gewünschten Gegenstand zu kaufen, hat er dann lieber für sich selbst ausgegeben. Kenneth meint dann zu den Beamten, das, was jetzt kommt, kann er nicht erklären. Er kann nicht sagen, warum er das folgende gemacht hat. Stunden später wählt er die Nummer von Jeff und sagt ihm am Telefon nicht viel. Kenneth wollte solche Sachen nicht am Telefon besprechen. Man weiß ja nie, am Ende sind das verdeckte Beamte. Doch zu seiner großen Überraschung kommt Jeff mit seinem Auto zum vereinbarten Treffpunkt und Kenneth steigt in den Wagen. Die beiden fahren eine Weile durch Haarlem und reden tut eigentlich nur Jeff. Er meint zu Kenneth, schau, ich weiß, mein Wunsch ist das Ungewöhnlichste, was es wohl je gegeben hat, aber ich habe vorhin keinen Witz gemacht. Ich will nicht mehr da sein. Jeff erzählt dann, dass er etwas gemacht hat, das man nicht mehr rückgängig machen kann. Heute Nacht will er, dass alles wieder gut wird. Er hat viele Jahre in Aktien investiert und sein Konto aufgebessert. Das wissen wir ja. Doch wie Jeff sagt, war er da nicht immer ehrlich. Er hat seinen reichen Freunden und Bekannten immer wieder mal Investment-Tipps gegeben von Firmen, wo er genau wusste, dass die niemals Gewinn erzielen. Das Geld seiner Freunde hat Jeff dann zum Teil selbst behalten und die Person, die ihm dabei geholfen hat, das Märchen von der bald super erfolgreichen Firma, in die man nur noch investieren muss, das wird sich sehr lohnen aufzubauen, sowas ist natürlich nicht erlaubt. Jeff sagte zu Kenneth, er sei sehr reich. Das alles ging viele Jahre lang gut, er hat sehr viel Geld damit gemacht. Doch jetzt haben einige Personen allmählich gemerkt, Moment mal, das Geld, das ich da investiert habe, die Firma gibt's gar nicht, wo ist mein Geld? Jeff meint, bald kommt er vor Gericht, er kriegt sicher über 20 Jahre. Der Prozess wird sein ganzes Geld kosten. Eines darf auf keinen Fall sein. Der Alltag seiner Familie darf sich nicht verändern. Seine Familie sei an einen gewissen Lebensstil gewöhnt. Wenn er jetzt weg muss, muss seine Ehefrau arbeiten. Sie war jahrelang Hausfrau, sie wird kaum einen Job bekommen. Sie werden das Haus verkaufen müssen und wegziehen müssen in eine Gegend, wo sie keiner kennt. Das steht für ihn nicht zur Diskussion. Er meinte, ich bin gut versichert. Bin ich nicht mehr da? Bekommt meine Familie 18 Millionen Dollar? Kenneth hört, wie das Handy von Jeff klingelt. Er hört ihm die ganze Zeit einfach nur zu. Scheinbar telefoniert er mit seiner Frau. Jeff erzählt irgendetwas von, ja, ich bin auf dem Weg nach Hause, aber ich muss den Reifen austauschen und hier sei ein altes Ehepaar, das mir hilft. Da musste Kenneth schon etwas grinsen. Als Jeff das Handy dann wieder auf die Seite legt, sagt Kenneth, für was brauchst du mich? Er deutet mit einer Geste an, guck mal, da ist ein Fluss, bedien dich. Doch Jeff sagt, nein, die Versicherung zahlt in so einem Fall nicht. Es muss so aussehen. Als war er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Kenneth und Jeff sind dann noch eine ganze Weile durch die Gegend gefahren. Es war inzwischen mitten in der Nacht. Die Straßen waren ruhig. Die beiden haben sich viele Dinge erzählt. Jeff sagt dann auch, du kriegst dafür meine Bankkarte, der Pin ist viermal Sternchen, räum das Konto leer, gönn dir was Schönes. Er zeigt dann auch Bilder seiner Familie und sagt, du musst das für mich machen. Wenn nicht, dann tut es irgendein anderer, aber ich bitte dich, ich kann und will nicht mehr warten. Und Kenneth sagt dann irgendwann, okay, aber wie soll ich das machen? Jeff hält schließlich an einer ruhigen Kreuzung an. Er meinte, es ist ihm wichtig, dass man ihn bald findet. Sie probieren dann verschiedene Sachen aus, gehen mehrere Pläne durch, aber nichts hat so wirklich funktioniert. Jeff meint dann, schau mal ins Handschuhfach, ich glaube, da ist ein Messer. Platziere das einfach in der Höhe vom Lenkrad, den Rest mache ich selbst. Laut Kenneth hat er das dann gemacht und Jeff hat sich dann vier bis siebenmal mit Schmackes nach vorne gelehnt. Als sein Hemd dann rot wird, nimmt Kenneth die Geldbörse von Jeff, der laut seiner Aussage zufrieden grinst. Kenneth sagt zu ihm, jetzt hast du, was du wolltest. Er steigt aus und geht. Was für eine Story, die Beamten haben sich fast gekringelt vor Lachen. Sie sagten zu Kenneth, das sei die mit Abstand unglaubwürdigste Geschichte, die sie je gehört haben. Das kann niemals so abgelaufen sein. Ein Mensch kann sowas doch gar nicht. Der lehnt sich einmal, maximal zweimal nach vorne und das war's dann. Lass dir eine bessere Geschichte einfallen. Doch Kenneth bleibt dabei. Es war genau so. Was daraufhin folgte, war eine monatelange Diskussion. Dieser Fall ist so einzigartig, dass Experten aus dem ganzen Land sich freiwillig gemeldet haben, ohne Bezahlung. Alle wollten die Akten dazu haben, die Spuren sehen, die Fotos. Jeder wollte zuerst einen Bericht verfassen, ob das, was Kenneth da von sich gibt, wirklich stimmen kann. Doch die Sache war die, grundsätzlich, wenn man sich den ganzen Sachverhalt ansieht, stimmt Kenneths Version. Es gab in dem Auto keine Kabelei und es gibt viele Berichte darüber, was ein Mensch machen kann, wenn er es will. Jeff war jemand, der sehr ehrgeizig war und er hat in seinen Vorträgen immer zwei Sachen gesagt, A, es gibt keine Grenzen, du alleine bestimmst, was du kannst und was nicht und B, tu das, was getan werden muss. Immer und sofort. Ist das wirklich die Lösung für diesen Fall? Wollte Jeff sicher gehen, dass seine Familie alles hat? Aber was sollte man jetzt machen? Was soll Kenneth dafür kriegen? Gibt's für sowas überhaupt ein Paragraf? Eine erste Untersuchung ergibt, dass auch alles, was Kenneth von Jeff erfahren hat, stimmt. Bald wären bei ihm eine Menge Briefe hereingeflattert mit dem Betreff, Jeff, ich will mein Geld mit Zinses, Zinses, Zins. Er wäre plus 20 Jahre eingewandert, seine Familie wäre irgendwo gelandet, ohne Geld, keine Perspektive. Kenneth hatte so viele Infos. Woher hätte er die alle wissen sollen? Einschließlich der Zahl, die nötig ist, um an das Konto von Jeff heranzukommen. Und dann kommt auch noch etwas, damit hat keiner gerechnet. Ich muss wohl nicht sagen, dass dieser Fall in den Medien rauf und runter ging. Die Newsportale haben sich gefreut. Die dachten, diese Geschichte wird ja immer besser. Kein Drehbuchautor kommt auf sowas. Und dann meldet sich ein Mann. Er gibt gegenüber den Beamten an, dass er Jeff kennt. Irgendwie. Der Mann hat wie Kenneth auch in Harlem gewohnt und hat dann erzählt, vor einigen Tagen war er abends unterwegs und ist dann auch Jeff begegnet. Ihm ist sofort das teure Auto aufgefallen, weil er selbst wenig Geld hat, klopft er und fragt den Mann im Anzug, ob er ihm ein paar Cent schenken würde. Jeff holt seinen Geldbeutel und meint, weißt du was, ich gebe dir 5 Dollar. Der Mann hat sich natürlich total gefreut und meinte, danke Sir, wenn es irgendetwas gibt, das ich für Sie tun kann, lassen Sie mich es wissen. Und Jeff meinte, da gibt es tatsächlich etwas. Dann steig mal ein. Der Mann kannte Kenneth nicht, aber er hat genau die gleiche Geschichte erzählt. Jeff und er sind zwei Nächte lang durch Harlem gefahren, haben sich einen Plan überlegt. Er hatte nie vor, Jeffs komischen Wunsch zu erfüllen, doch Jeff hat ihm 7000 Dollar gegeben. Irgendwann hatte der Mann dann aber keine Lust mehr. Er sagte zu Jeff, ja, ja, stell dich an die Ecke mit dem Auto, ich komm gleich und dann machen wir das. Jeff hat da geparkt und der Mann ist auf, auf und davon. Der Prozess war sehr spannend. Keiner wusste, wie das ausgeht. Man kam dann zu dem Entschluss, dass Jeff ein sehr selbstbewusster Mensch war. Jemandem wie Kenneth sowas einzureden sei für ihn kein Problem. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Kenneth für alles verantwortlich ist, denn er hätte Nein sagen können. Kenneth selbst meinte, er kann nicht sagen, warum er das gemacht hat. Er ist sich aber der Tatsache bewusst und er wird für die Rolle, die er in Jeffs Plan gespielt hat, auch den Preis bezahlen. Er hofft nur, dass das Gericht anerkennt, was das für Umstände waren. Jeff selbst hätte das auch für ihn so gewollt. Die Familie von Jeff hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, sobald der Name Kenneth Minor öffentlich war und diese ganzen Umstände keiner von ihnen war. Eine Sekunde anwesend, Kenneth bekommt dann 20 Jahre. Es gab viele Experten, die sich den Fall angesehen haben und die meisten sagen eigentlich, ja, das, was Kenneth sagt, stimmt. Man begründet die 20 Jahre damit, dass Kenneth jederzeit hätte gehen können. Es war keine besondere Situation. Er hätte einfach sagen müssen, nö, tschüss. Kenneth ist mit der Bankkarte von Jeff direkt zum nächsten Geldautomat gegangen. Also das wurde ihm sehr negativ angerechnet. Und trotz der Berichte der Experten, niemand hat Kenneth geglaubt, nicht mal der Anwalt von ihm. Er hat dann aber einen Antrag eingereicht und aus den 20 Jahren wurden dann zwölf. Wo Kenneth sich heute aufhält, ist unbekannt. Draußen ist er aber wieder ganz sicher. Heute ist er 49 Jahre alt. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Fall sagt. Ob die Familie von Jeff das Geld bekommen hat, ist nicht bekannt. Die Firmen hatten auch keinen Dunst, wie sie damit umgehen sollen. Die Familie sagt, Kenneth wurde offiziell als Verantwortlicher betitelt. Also her mit der Kohle. Bekannt ist nur, dass Jeff Wochen und Monate vor alledem ganz viele Versicherungen abgeschlossen hat. Nur so kommt auch eine Summe von 18 Millionen zustande. Und man weiß nur, dass von den 18 Millionen kann man auf jeden Fall ganz sicher 4 Millionen abziehen. Das Geld kriegen sie nicht. Jeff hatte in den Unterlagen angegeben, er verdient im Jahr 800.000 Dollar. Tatsächlich waren es 220. Und die Firma, wo er das Ganze abgeschlossen hat, hat dann gesagt, nein, das Geld bekommt ihr nicht. Journalisten haben mal versucht herauszufinden, wie viel Geld die Familie bekommen hat, aber keine Firma wollte sich dazu äußern. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn die es irgendwie geschafft haben, die Summe nicht auszubezahlen, dann werden die das auch gemacht haben. Ich persönlich glaube Kenneth, weil es gibt eine Textnachricht, die Jeffs Sohn kurz vor alledem an ihn geschickt hat. Die Beamten, die für den Fall zuständig waren, gehen davon aus, dass die ganze Familie über seinen Plan Bescheid wusste. Arm hat auch seine Frau so ruhig reagiert. Die wusste schon lange, dass er abends in New York herumwuselt, auf der Suche nach jemandem, der bei seinem Plan mitmacht. Aus dieser Textnachricht geht hervor, dass Jeff wohl auch sowas wie ein letztes Video gemacht hat. Dieses Video wollte Jeff weitergeben an kommende Generationen in seiner Familie, die ihn ja jetzt nicht mehr kennenlernen werden. Der Sohn hat ihm geschrieben, denk daran, du hast eine Tochter. Wenn sie eines Tages heiratet, kann sie niemand zum Altar führen. Also guck in diesem Video oder schau, dass du noch ein anderes machst, das wir dann abspielen können, wenn der Tag da ist, wenn sie heiratet. Dann ist es wie, als wärst du da. Da wird sie sich sehr freuen. Also ja, ich denke, die Familie wusste das. Hätte Jeff Kenneth die Bankkarte nicht mitgegeben, dann wäre da bis heute niemand draufgekommen. Und das alles mal wieder nur für Geld. Wie immer frage ich zum Schluss, wer kannte diese Geschichte? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.